...worden war. Nur 50 Minuten spät. Der Mühlermann der Ruhrkarte gilt Michalski als ortsfremd, so dass die Polizei davon ausgeht, dass er nun das Ruhrgebiet verlässt. Leverkusen. Der VfB Stuttgart bleibt in der Tabelle der Fußballbombe und sind ja auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft verlor in Leverkusen mit 4 zu 0. SWR 1 Sportreporter Armin Liemann. Die Schwaben waren...